Hallo und Herzlich Willkommen Hier Zurück Bei Two Worlds Mit mir Maxl Gaming Wir Spielen Two Worlds Und Willkommen Zurück Hier bei Maxl Gaming und Wir Spielen auch Hier Rechts Gut Wir Gehen in den Höhreingang und Machen Dort Mal Richtig Palabra Stehe Ich Einfach Normale Stinknormale Höhle Ist Ja Kein Problem Für. Uns Wir töten Trotzdem alles Skelette Hammer Rausholen Ja erstmal Alles Um Klatschen Das Rentet der Bogenschütze Da Weg Ich Klatsche Euch Trotzdem Alle Um So Ich Hörs Gleich Immer noch Och Guck mal Dir Jetzt Alle An Guck mal Bisschen Weg Guck doch Alle Her Töte Euch Alle Oster Letztes Hier Noch Einer So Alle Tod Alle Pfeile Einsammeln Und das Gold Natürlich Auch wir haben schon ganz schön viel gespart so geile schwert hast du aber ich wollte mich nur entschuldigen für letzte folge da war ich ein bisschen aufgeregt aber es geht weiter mit dem grätsch wir machen das einfach weil wir es können weil es gar zuhört und die mir zuhören die sind natürlich die besten die mir nicht zu hören und als spaß ganz ehrlich hat er keinen unterschied wir machen das schon wir werden erfolgreich dieses spiel durchspielen mein erstes erfolgreiches durchgespielte spiel weil mir das am meisten spaß dieses spiel passiert die ganze zeit auf mich klatsch ich trotzdem um kann so nichts tun gegen mich und so lange wieder voll kommt eigentlich immer diesmal her noch einpacken können wir nicht dann ist das halt so so gehen wir weiter tropf steinhöhle da geht es wieder höher und es gibt uns eh schon alle bei mir entgegen kommen das geht es ja wieder runter wohin mit euch und da geht es ja gar nicht lang hat ihr uns verarscht leute die haben uns verarscht klatsch uns trotzdem einmal durch hier auch das leckt und weiß was wir jetzt machen wir brauchen uns zurück und brauchen die sachen einfach so weil wir es können einfach weil wir es können und verkaufen können weil wir nämlich geld horten wir kaufen uns davon nix wir horten einfach unser geld ring verkaufen verkaufen den ganzen rest verkaufen sonst gehen wir zurück in den teleporter in unterwelt und wo ist jetzt da wo ich bin hier so und jetzt haben wir schnell verkauft und dann ist auch der gut also nicht so was ich gewartet machen oder jetzt ein bisschen zu laut vielleicht sollte ich nicht so viel rum schreien aber wer schreit schon rum wer schreit hier schon rum ich ein bisschen mich über wieder bisschen höher leute damit ihr doch vielleicht nicht ganz so laut habt ich tue schon alles für euch das mit den twitch muss ich mir noch überlegen weil mein mikrofon das beste ist und zumindest muss ich da irgendwie die rausschwindentfernung rein machen ob es aber das kriege ich glaube ich auch schon hin so vielleicht da kommt mir vielleicht nicht zu dich nehme ich auch gleich über twitch auf ich vielleicht einfach bei youtube gaming aufzunehmen auf youtube gaming weil man dann direkt auf youtube ist ne tötet hat ist ja eine eigene sache aber auf youtube dann dazu machen das vielleicht ein bisschen einfacher für alle weil dann findet man meinen kanal auch direkt wissen was ich meine und jetzt mache ich dann offline und lade die folgen so hoch so das wäre jetzt mein plan den ich vor hätte damit man auch mehr reichweite bekommt und nicht die ganze zeit auf den 20 abonnenten wo mich nicht viele gucken weil ich das nämlich nachgucken kann falls jemand guckt der kann ja mal in die kommentare niemand schreibt meinen kommentar niemand in diesen us und evil teil da habe ich irgendwie 500 aufrufe dass mein meistges liebt ist das video unterschreibt mir kein arsch niemand aber dass ich wahrscheinlich zu schön sind um mich zu abonnieren um mit zu unterstützen damit ich bessere video zu machen das wäre doch mal ein plan klatschen hier durch aber durch klatschen da kommt der nächste wenn du meinst ein kommentar dazu lassen mir zu sagen was ich richtig machen weil ich falsch mache so habe ich überhaupt kein effekt einfach den quatsch wenn ich immer mache ja und dann schreibe die habe ich schon erzählt diese idioten mit pushen ich wieder selbst auch versuchen und kein wort da ein ich habe mich hier durch geklatscht Leute geht das auch die paria bei mir also da kommt der nächste zwei noch welche habe ich jetzt mal ruhe da kommt der nächste also ich lebe bin ich jetzt eigentlich kann ich die schwert jetzt nehmen nö fehlen noch ein level so Leute jetzt muss ich mal eben hier von Anfang angucken wo habe ich denn angefangen zu klatschen hier bei dem bei dem habe ich zuerst angefangen und jetzt müssen wir alles erstmal looten aber gehen wir einfach weißt du ich würde ja gerne auch kommentare antworten und darüber reden ich bin echt gut im reden in sowas aber keiner schreibt da kann ja nichts dazu sagen ich bin da kein unmensch ich kann mit kritik umgehen ganz ehrlich kann ich nur ich verstehe youtube nicht ich bin mir das auch gar nicht auf youtube irgendwie da youtube gaming zu machen wahrscheinlich wird man da auch nicht gefunden man unterstützt doch youtube mit der werbung wenn man werbung schaltet die kritik haben davon aubert aber natürlich die größeren geben natürlich mehr auf gegen dass die kleinen examen aber man könnte ja mal jemand eine chance geben und dieses assi youtube da ich frag mich warum ey die gibt es so schnell RTL warum muss es denn auch noch hier sein den schild nehmen wir mal mit einfach weil wir mit schütteln gehen können so gibt es hier gar nichts wenn ich richtig das ist ja nur so eine überlegung mal die kleinen youtuber nach oben zu spielen vielleicht mal nach geht man kann zwar datum sortieren macht aber keiner dafür sind die menschen zu faul ist einfach so die menschen haben es bequem ich bin ja nicht da oben auf suche und manche haben es wieder besser gemacht deswegen haben wir ja so viele aufrufe aber man kann sich ja überzeugen wenn man dislike hat dann weiß man da ist da muss dran arbeiten an dem video so ich habe ja auch dies gleich ein paar schon aber ich weiß nicht ob das konnte einfach hier einfach nur gemacht wurde weil man denkt oh hau ich mein dislike rein gefällt mir nicht aber von mir aus könnte das machen da gibt mir doch ein feedback Feedback sind immer gut ja wir machen einmal im monat so ein infovideo einfach nur um zu diskutieren wie der monat für mich war also für also wie der youtube war auf youtube war so vielleicht tue ich das das spiel abgeschüttet heute will mich alles irgendwie ärgern heute will mich alles ärgern jetzt kommt ich dann im weg ihr bleibt dran leute heute will mich alles ein bisschen ärgern jetzt will ich das schon wieder ärgern aber ich mache weiter leute heute ist der tag wo ich denke mir so alles läuft schief alles ich habe jetzt zwölf minuten ich muss weitermachen das ist das ist zu kurz ich mache halbe stunden videos weil ich unterhalten möchte wie unterhaltet man denn leute muss ich mir muss ich rumschreien nee will ich nicht will normal reden einfach normal reden und diskutieren diskutieren mit mir selbst gerne ist das am besten kann ich trete auch die ganze zeit mit mir selber wenn ich da schon mal auf einfach nur mal nachdenkt acht er redet ja die ganze zeit mit sich selbst nachbarn denken so was macht der eigentlich jeden tag da zwei stunden am tag ja ich rede mit mir selbst so jetzt geht weiter auto safe laden keine ahnung wo wir gespeichert haben aber wir haben schon mal den chip auch so wie weitermachen direkt weiter klatschen so ja wo sind wir stehen geblieben weiß nicht jetzt war die auch nicht mehr ich bin einfach heute ist nicht mein tag die zwei folgen werden so weit wollen sein leute 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 aber man muss das mal gesagt haben man muss es mal in die welt gesagt haben die kleinen youtuber keine chance haben groß raus zu kommen ja man kann klein lieben also ich meine jetzt bezogen auf games da arbeiten oder so alle zu hast doch ich weiß nicht das hat doch kein sinn wenn man wieder sechs stunden ein video bearbeitet wo du 20 aufruf warst wenn du so 20.000 hast da will ich mir überlegen in welche richtung gehe ich jetzt dabei 30.000 bei 50.000 so in dem dreh rum da würde ich mir überlegen jetzt kannst du jetzt kannst du deine videos bearbeiten das ganze mal ein bisschen mehr zeit davor setzen jetzt wurde ich noch entwaffnet wo ist meine waffe jetzt durch klatschen muss weil es die im sommer sale ist wahrscheinlich schon wenn die folge auf dann werde ich mir erstmal alles von 2 2 holen strategie geile welchen lassen alles in ruhe durchlesen dann werden wir da mal ein bisschen gezielt auf die sache losgehen ein paar tipps holen das ist ja das erste let's play was ich echt mal durchziehen möchte läuft sogar super ich habe mega viel spaß auf das spiel auch wenn die aufrufe zahlen so dermaßen überhaupt nicht übereinstimmen ich glaube jeder hätte keinen bock dort weiter zu machen ganz ehrlich aber macht es einfach durch weil ich habe euch alleine zocken wenn ich dann gleichzeitig aufnehmen kann ist doch viel spannender wenn man aufnimmt dann haben habt ihr was zu sehen und ich keine ruhe oder mein spiel spielen ein bisschen quatschen und da mehr schweiz einfach nur still da zu sitzen vielleicht ein bisschen musik dazu beizuern und sich das hier so zu entgehen lassen also jetzt sind wir aber durch hier oder jetzt können wir uns einmal zurück teleportieren glaube ich sogar ne tun wir auch einmal und dann laufen wir wieder hier hin verkaufen wir die sachen jetzt habe ich gehauen naja nicht so schlimm ich bin nicht gelandet hier wollte ich ja gar nicht hin wo ist das ich weiter mein geld rorten kann ich wollte echt mein geld ich wollte es einfach noch was was ich verkauft kann nö gut dann können wir uns ja eben weg teleportieren wieder dahin dann gehen wir zurück guck mal was dann los ist einsammeln ne du sollst es einsammeln so stelle ich mir das vor also einsammeln und zurücklaufen ne Leute vielleicht irgendwann versteht ihr das irgendwann jemand denkt wacht youtube deutsch schon auf und sagt die kann man nicht mehr unterstützen die assi youtuber und sagt zu denen dann so jo jetzt haut mal ab ne und dann guckt man die schon wieder weil dann schon wieder gesprächsdorf wird wer soll ich echt so ein kleines infovideos machen wo ich einfach vielleicht einmal vielleicht einmal die woche so ein video machen das wäre cool vielleicht mache ich das auch wo ich einfach darüber rede wie die situation gerade ist meine meinung über den ganzen geschehen hier auf youtube erstmal machen mal schauen was in den trends ist so sowas eben wir laufen erstmal einfach geradeaus weiter gehen und da schauen was in den trends ist vielleicht sowas machen das gibt es bestimmt schon aber das wäre doch mal eine idee gaming und dann kann man auch noch das machen das kann ja einfach nur freie meinungsäußerung geben ist vielleicht interessant und vielleicht kommt man damit kriegt man damit wenigstens ein bisschen reichweite damit man gesprächsstoff sorgt plus ungefähr der plan von mir dann wenn man wenigstens darüber reden kann die leute wollen über sachen reden tue ich das also komm mal hier ihr zwei was bist du die suche gar nicht so jetzt noch ein ganz gestilltes melangen schauen was hier so ist bis zum fischerdorf geht es hier rein da wollen wir nicht rein wir wollen erstmal den langen weg hier gehen und zum fischerdorf kommen da ist ja hinten der turm der sieht man schon von hier aus eine pflanze zum aufnehmen sieht doch schön aus hier man durch die landschaft laufen noch nicht mit vielen geredet diese folge laufen einfach ein bisschen rum jetzt noch nicht wo man so außerhalb noch so entdecken kann die dinger komm mal her weggefetzt weißt du vielleicht mach ich das vielleicht mach ich mal morgen eine folge und da sonntags immer eine folge davon hoch sind wir denn hier gelandet einfach mal hier genau einmal die woche sind schön bearbeitet das video wo man mal über sachen reden kann soll die neben auch noch mit wie fehlt uns denn auch die verfahren eigentlich noch genug übertausend übernimmt die mich auf city freundlich da wie gibt es dann mal so das ist ja eine org statt wer weiß wo das ein lager zwei von außen finden ist ja gar nicht so außerhalb da gibt es nämlich so eine ecke rein sieht man gar nicht so auf wenn man oder die ich habe zwar das verlassene dorf getötet so alt f1 drücken und dann gehen wir mal hier rein ich grüße die sei gegrüßt hi wenn man reden der ne fest du hast du quest okay auf jeden fall so ein händler leute du hast keine händler du hast wahrscheinlich auch eine quest ne du bist ein händler gut hi oh was ist das denn org schlechter der sogar besser als ich mir da gekauft habe packen wir ein ich sag zwei händler was hast du noch wir haben sowieso genug money schwarzer schutz also egal haben wir was für dich ja das schwert hier das behalten wir auch mal cool danke du bist auch eine händler du bist auch eine händler hi hi boah was das denn kriegsachs nice cool hier in der ecke hi schönes frische dürfen habt ihr hier hier und das dietrich haben aber genug und dann quatschen wir mit ihm da willst du fisch kaufen nein danke vielleicht kannst du etwas für mich tun kommt darauf an erzähl mir von deinem problem in ein paar tagen in ein paar tagen kommt hier ein großer fisch warm durch wie jedes jahr aber leider kontrollieren wir wohl und seine piraten dieses gewässer und was soll ich dagegen tun du könntest ihn von hier weglocken erzähl ihm von einem schiff beladen mit gold das auf dem weg nach aschos ist und durch die westpassage kommen wird und du glaubst das nimmt er mir ab ja wenn du es richtig anstellst er tut gern so als sei er ein händler mit dieser masche quetscht er gern durchreisende aus ich werde es versuchen wo ich kann wo kann ich wir cool treffen treiben sich oft am strand der stiko bucht herum ok wird wir wohl nicht ärgerlich werden wenn er die lüge mehr macht ihr keine sorgen wir wohl wird schon ein schiff zum plündern finden ok wir cool erzählen mir mehr über ihn ja da gibt es eine merkwürdige geschichte seine letzte mannschaft ist unter rätselhaften umständen verschwunden aber er hat schon eine neue mannschaft zusammen sie treiben sie schon viel zu lang hier herum ich muss gehen so haben wir gemacht wir waren händler eine kleine fischerdölfte hier du hast hier irgendwelche leute mit dem reden kann nö mit dir kann man quatschen das weiß ich mit dir wahrscheinlich auch ne mit dir nicht die auch nicht mit dir kann man reden und bist du ein söldner auf der suche nach einem auftrag gut möglich was gibt es denn ich spreche im namen aller bewohner von clovelli wir werden hier von scapulari angegriffen seit ein paar monaten geht das schon so ihr wollt mich anheuern damit ich sie vertreibe wir haben 650 gold stücke gesammelt machen was du interessiert machen wir ich erledige das für euch wofür ich diese südlich am strand entlang dann findest du südlich nie ohne sie verraten ich weiß leider nicht mehr aber vielleicht der magier er wohnt in dem turm ganz in der nähe dieser ungeheuer er ist in letzter zeit etwas außergewöhnliches hier passiert auch nicht der rede wert ein paar kinder sind geboren worden ein fischer ist der drum das kostet danke aber was haben die scapulari getan zuerst haben sie nur unsere netze zerstört dann auch mal unseren fang gestohlen aber sie werden immer gefährlicher gut dann werden wir uns um die kümmern so haben wir sonst noch was das mit euch habt ihr noch was ich grüße dich also jemand passiert hier bestimmt ich muss sogar rein stimmt sie sehen nämlich wieder wenn ich da reingehen dass die truhe krasser scheiß können wir dritten ob das aufgeht ja geht klar auf so arm werde ich auf jeden fall in dem spiel nicht hallo so das haben wir alles ein so jetzt haben wir hier euer königshaube dann gehen wir hier raus genug gesehen dann reden wir noch mit dem einen da da beenden wir die folge für heute für heute ist dann schluss 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 für heute ist dann schluss 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 wir suchen den grüßen wir gehen hier mal rein schauen wir mal was hier drin ist nix außer wein gut dann quatschen wir mit ihm auch nochmal den wir am Anfang aus dem Weg gegangen sind hi ich wollte mit dir sowieso quatschen was suchst du hier schon wieder einer der um die hand meiner tochter anhalten will ja deine tochter kenne ich nicht mal das ist doch besser so für dich der letzte romeo der hier vorbeikam dieser terron los hat eine tüchtige abreibung von mir bekommen die wird er so schnell nicht vergessen aber wenn ich mir dich so anschaue so einer wie du wäre mir eigentlich ganz recht vielleicht kannst du mir ja helfen und eine tochter heiraten oder wie nein natürlich nicht ich will nur nicht dass dieser liebestolle kerl weiter um meine tochter herum schwirrt du brauchst nur zu ihm rüber gehen und es ihm ein für allemal austreiben meine tochter sehen zu wollen in Ordnung ich werde mich drum um den jungen Mann kümmern ja mach das ein Denkzettel ist alles was er braucht damit er sich hier nicht mehr blicken lässt wo finde ich ihn er wohnt hier in Kloveli terronlos heißt der Bursche ich werde dich hier mit der Belohnung erwarten ok danke warum hast du eigentlich verprügelt so eine Art Prüfung ich meine was ist das für ein Mann der sich einfach so verprügeln lässt was für eine Art Ehemann wünschst du dir für deine Tochter richtigen Kerl aber auch einen mit Verstand und Ehrgefühl kein möchtiger Dichter der von niemandem ernst genommen wird er soll einfach solide sein alles klar dann muss weiter na gut sollen wir eben den noch machen na komm machen wir den Mann nochmal reden wir mal mit ihm und looten ihn dann aus hi hallo bist du Terran ja der bin ich dann habe ich eine Nachricht für dich vergiss Arjas Moratos Tochter und verlasse diesen Ort und das ist ernst gemeint ach dieser alte Dickschädel lässt mir nicht mal Zeit meine Sachen zu packen mich zu verprügeln reicht ihm wohl nicht muss er auch noch einen Laufburschen rüber schicken er hat dir bereits gesagt dass du von hier verschwinden sollst aber du bist immer noch da ich kann Maja nicht verlassen ich liebe sie und sie liebt mich wenn ich gehe wird sie sich umbringen das kann ich nicht zulassen also bleibe ich und kämpfe für unsere Liebe du hast nicht gerade eine Kämpferstatur mir bleibt aber nichts anderes übrig sie bedeutet mir alles wegzugehen bedeutet Schlimmeres als den Tod du bist anders als ich es mir vorgestellt habe ich will euch helfen ja im Ernst ich danke dir so Maja hat Hausarrest ihre Mutter passt auf sie auf ich glaube sie ist nicht so sehr gegen mich nicht wie der Vater vielleicht kannst du sie überzeugen ich werde mit dir reden wenn wir uns versuchen aber in der nächsten Folge erst aber wir werden noch den ausquetschen was hat Ayas Morathos gegen dich warum akzeptiert er dich nicht als Schwiegersohn er denkt ich bin kein richtiger Kerl ich weiß auch dass ich nicht besonders kräftig bin aber ich bin eben anders anders als er sich einen Schwiegersohn vorstellt gut vielleicht wäre es an der Zeit ein bisschen zu trainieren du kannst lernen wie man kämpft das sind vielleicht ein paar Muskeln ansetzen aber Maja und ich sind auch so glücklich man muss doch keine Muskeln ansetzen um seine Liebe zu finden nicht um sie zu finden aber vielleicht um sie zu behalten ich muss weiter so gut auch nicht die Quest auch noch stecken bleibt wie die letzte Schlag aber das stich scheiß langsam so gut nur noch verkaufen den ring und nun ist es soweit gekommen jetzt werden wir die vorbeenden schau beim nächsten mal wieder vorbei wenn es heißt two worlds schlechter das der monster der alles bis dann ciao ciao ja bis zum nächsten Mal ciao Untertitelung. BR 2018